Alle zwei Jahre lockt die Internationale Fachmesse für optische Technologien, Komponenten und Systeme, kurz Optatec, Fachbesucher und Aussteller aus aller Welt auf die Messe Frankfurt. Die Optatec ist dabei eine weltweit führende Informations-, Kommunikations- und Business-Plattform. 570 ausstellende Firmen aus 31 Nationen, 52% ausländischer Anteil zur Optatec, international aufgestellt, die 13. Optatec 2016. Das Markenzeichen der Optatec ist der Mix aus Produkt- und Fachinformationen in Theorie und Anwendung. Die einzigartige Abbildung der gesamten Prozesskette in Hard- und Software sowie ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Fachvorträgen lockt immer wieder viele Fachbesucher nach Frankfurt am Main. Optatec war immer ein sehr gutes Standbein für uns als Aussteller. Die Qualität der Besucher ist sehr hoch. Hier kommen die Entscheider hin, die Mitentscheider, die Leute, die innerhalb der Firmen die Entscheidungsprozesse begleiten und auch die Entscheidungsprozesse erzeugen. Hier kommt auch ein sehr hohes Publikum her von Fachpublikum, die sehr interessiert sind an den Optiken, für uns als Aussteller sehr interessant. In drei Tagen sieht man seine wichtigsten Kunden, macht gute Gespräche. Da kommen auch immer wieder neue Interessierte, neue Prospekte, wie wir das sagen, mit hohen Chancen. Von daher ist es eigentlich genau das Richtige für uns. Die Optatec, wir haben sie lange erwartet, weil das ist unsere größte Messe im Bereich Photonik in diesem Jahr. Und wir sind eigentlich sehr zufrieden. Also wir treffen viele von unseren Lieferanten, von unseren Kunden, von unseren Partnern. Und es ist eine sehr positive Stimmung zu verspüren. Es kommen halt wirklich viele Optikentwickler oder Optikdesigner hierher. Also es heißt doch Fachpublikum, was man hier findet. Das große Interesse der ausländischen Hersteller und Anbieter aus nunmehr 31 Ländern markiert zu Optatec 2016 eine neue Dimension der Internationalität. Und es wird auch immer internationaler und es ist eine tolle Messe zum Networken auch, wo man auch persönliche Kontakte pflegen kann, neu knüpfen kann. Einfach eine schöne Sache. Ein besonderes Augenmerk legen die Branchenteilnehmer im Bereich der optischen Technologien auf die Nachwuchsförderung Powered by Schall, in dem sich sowohl die fünf Hochschulen als auch weitere Vortragende stark engagieren. Natürlich, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen präsentieren wir hier im Technologiepark Bildung und Forschung Photonik studieren, den jungen Leuten. Einerseits die Hochschulen, aber auch im gesamten Messeumfeld natürlich das, was die Industrie hier auszeichnet. Wir freuen uns, Sie auch auf der kommenden Optatec vom 15. bis 17. Mai 2018 als Aussteller oder Besucher begrüßen zu dürfen.